so herzlich willkommen zu spiderman zum dritten dlc von die stadt die niemals schläft und was hier passiert werden wir jetzt bald erleben wenn der ladebalken fertig geladen hat was er bekanntlich nicht so ohne ist was er bekanntlich nicht so kurz ist mitherausgeberin recherche notizen was für ein paar tagen als museums diebstahl begann ist zu einem brutalen angriff auf die stadt geworden und es gibt mehr und mehr verluste nach der beinahe hinrichtung von majadon hammerhead wurde captain yuri watanabe zwangsweise beurlaubt quellen zufolge sagte sie das hält mich nicht auf notiz später weiterverfolgen das ist nicht das ende ihrer geschichte in der zwischenzeit wurde der für tod erklärte hammerhead wiederbelebt und konnte aus der gefangenschaft entkommen die polizei fahndet nach ihm hat aber keine spur seinen männern geht es weiterhin um sable waffen und fahrzeuge sowie um etwas namens projekt olympus soweit wir wissen ist projekt olympus ein von oscorp und sable finanziertes projekt bio verbesserungstechnologie die menschen zu unzerstörbaren supersoldaten machen soll hammerhead ist skrupellos und verrückt und jetzt offenbar auch unzerstörbar eins nach dem anderen es geht darum hammerhead zu finden die frage ist was tun wir wenn wir ihn gefunden haben 19 hellthammern was sonst ich folge der polizei zu einem oscorp werk offenbar sind hammerheads leute wieder da gibt es was neues zu juri oder wir waren ein gutes team ich meine nicht wie du und ich aber naja ich weiß ich habe eine quelle bei oscorp sie steigern die produktion dieser projekte die fabrik an der olympus vertrag läuft mit sable international er gehört zu einem deal mit osborne während der teufelsatemkrise die gesamte ausrüstung soll ins ausland verschifft werden nach simcaria simcaria silversables heimatland und schauplatz eines immer blutiger werdenden bürgerkriegs hast du davon gehört nein ich habe die internationalen krisen nicht verfolgt ich war mit unserer eigenen hier in new york beschäftigt ist eine irre geschichte ich klär dich auf wenn wir mehr zeit haben ja es wäre schön mal über etwas anderes als hammerhead zu reden was hältst du von urlaub wenn diese geschichte vorbei urlaub ich weiß gar nicht was das bedeutet so mal schauen wie ich mich jetzt tut ich bin jetzt nicht gerade warm gelaufen wieder mit spiderman tlc weil ich ein bisschen wieder gewartet habe also hoffe ich dass ich mich dementsprechend nicht so dumm anstellt dann kommt doch moment mal ist das ein tanz wettbewerb das liebe ich ich bin dran diese neue panzerung ist schon cool aber eure verschweifelten gangster outfit versuche waren auch nicht hier kommt immer direkt zum punkt was und seid ihr alle so richtig befreundet oder nur kollegen wisst ihr euer unternehmen ist so rasend schnell gewachsen vielleicht kennt ihr euch nicht mal falls dem so ist lasst mich das schnell ändern wenn ich das ist wenig 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 warum lachte niemand moment vielleicht lacht ihr auch nicht weil ihr wirklich alle winny heißt als ja schön dich kennenzulernen und alle anderen wenig wie gesagt ein bisschen einüben muss ich mich wieder für den kämpfen fuck off oh man oh Oh... Es ist zu schnell! Willst du ne Kostprobe? Oh... Wow... Läuft! 13 Minuten... Oh... Ehrlich... Wollte ich davon nicht offen werden? Wollte ich davon nicht offen werden? Der Boss schickt grüße! Ich hab ihn erwischt! Ich hab ihn erwischt! Und weg hier raus! Das ist nicht deine Gewichtsklasse! Boah! Der hab ich schon nie mehr geliebt, Leute! Es schmeckt mir dein Rückgang! Glaubst du, dass ich dich da oben nicht erwische? So schön ruhig bleiben! So schön ruhig bleiben! So schön ruhig bleiben! Wuuuh! Machst du Spaß, oder? Keiner redet, was? Vielleicht könnt ihr mich wegen der Jetpacks nicht hören! Setz auf! Also, das Bies! Coole Jetpacks, Jungs! Wo kriegt man die denn her? Lass mich rachen! Die sind vom Laster gefallen, ja? Seht ihr, statt immer alles zu zählen, solltet ihr euch selbst mal was ausdenken! Das ist emotional viel befriedigender! Vielleicht wärt ihr da nicht immer so wütend! Oct aus! Ach! Wow! Ah... Was ist mir schütlich? Oh, machst du Spass? Na gut Oh Oh, ich hab kurz dieses Deals, sie wird nicht leicht werden Oh Boah Okay, scheiße Na gut, once again Okay, scheiße Mal ein bisschen Entdeckung bleiben So Oh 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 Moment Moment Hörst du dir etwa Jamisons Podcast an? Du solltest der Beschützer dieser Stadt sein. Aber du hast zugelassen dass dieser Hammerhead um meine Ausrüstung steht. Ich hab nicht zugelassen. Ich versuche diese Szene zu stoppen. Dann versagst du gerade auf ganzer Linie. Oh das tut weh. Aber stimmt schon. Oh fuck. Der kann das aufwirben. Vielleicht steckst du mit ihm unter eine Decke. Wow. Jetzt bin ich beleidigt. Ich kenne dich nicht. Offensichtlich. Und ich kann das aufwirken. Gescheißen. Gescheißen, Uiter. Was? Der Überschlag, der gemacht werden muss in das... Uiter. Das zählt auch als Energieabzug. Uiter. 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 Gescheißen, Uiter. Gescheißen, Uiter. D noodle. Von Symmonds Podcast an? Du solltest der Beschützer dieser Stadt sein. Aber Du hast zugelassen dass dieser Hammerhead um meine Ausrüstung steht. Oooooh. Ich hab mich zugelassen. Ich versuche diese Diebstähle zu stoppen. Dann versagst du gerade auf ganzer Linie. Hörst du dich? Es tut weh. Aber stimmt schon! Wer weiß. Vielleicht steckst du mit ihm unter eine Decke. Wow. Jetzt bin ich beleidigt. Picarpen. Hooh. gescheißen du solltest dieser stadt sein aber du hast zugelassen dass diese ich habe mich zu gelassen ich versuche diese auf ganzer linie aber stimmt schon vielleicht steckst du mir die mutter also halte ich da raus und ertrage die konsequenz mich raushalten während du was finden uns viel glück dabei der stirbt nicht so leicht das ist so unkoll leider na gut oda die doch scheißen du scheiß tust du schützer dieser stadt sein aber du hast zugelassen dass diese meine ausrüstung steht ich habe mich zugelassen ich versuche diese die stelle zu stoppen dann versagst du gerade auf ganzer linie aber stimmt schon vielleicht steckst du mir die mutter eine decke jetzt bin ich beleidigt ich kenne dich nicht und ich traue dir nicht also halte dich da raus und trage konzert mich auch gehörter während du was tust händen händen und tritt viel glück dabei der stirbt nicht so leicht weiter ist das so unkoller wenn ich das müsste aber wir könnten gemeinsam suchen statt um zu bekämpfen Gemeinsam! Was hab ich dir getan? Moment, hörst du dir etwa Jamisons Podcast an? Du solltest der Beschützer dieser Stadt sein. Aber du hast zugelassen, dass dieser Hammerhead meine Ausrüstung stiebt. Ich hab nichts zugelassen. Ich versuche, diese Diebstähle zu stoppen. Dann versagst du gerade auf ganzer Linie. Oh, das tut weh. Aber stimmt schon. Wer weiß. Vielleicht steckst du mit ihm oder eine weg. Wow, jetzt bin ich beleidigt. Ich kenne dich nicht. Offensichtlich. Und ich traue dir nicht. Also halt dich da raus oder trage die Konsequenzen. Mich raushalten, während du was tust? Hammerhead finden und retten. Viel Glück dabei. Der stirbt nicht so leicht. Wir werden sehen. Okay, scheiß, Snyder. Alter. 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 Ähm, fast haben wir's. Sable, du wirkst etwas gestresst! Vielleicht hilft der Tiefenatmung! Ein, aus, ein, aus! Sag mir, wo Hammerhead ist! Wenn ich das wüsste, aber wir könnten ihn gemeinsam suchen, statt uns zu bekämpfen! Gemeinsam? Niemand! Was habe ich dir getan? Moment, hättest du dir etwa Jamesons Podcast an? Du solltest der Beschützer dieser Stadt sein. Aber du hast zugelassen, dass dieser Hammerhead meine Ausrüstung stiehlt. Ich hab nichts zugelassen! Ich versuche, diese Diebstähle zu stoppen! Dann versagst du gerade, auf ganzer Linie! Oh, das tut weh! Aber stimmt schon! Wer weiß, vielleicht steckst du mit ihm unter einer Decke. Wow, jetzt bin ich beleidigt! Ich kenne dich nicht. Offensichtlich! Und ich traue dir nicht. Also halt dich da raus und ertrage die Konsequenzen! Mich aushalten, während du was tust? Hammerhead, finden und retten! Jäger ist dabei! Der stirbt nicht vielleicht! Wir werden sehen! Oh! Ich kann sie ausschalten, wenn ich rankomme! Oh! Oh, okay, Scheiße. Oh, ja, das ist Scheiße, die ist schon am Anfang von U-Boot da. Sable, du wirkst etwas gestresst. Vielleicht hilft der Tiefenatmung. Ein, aus, ein, aus. Sag mir, wo Hammerhead ist. Wenn ich das wüsste, aber wir könnten ihn gemeinsam suchen, statt uns zu bekämpfen. Gemeinsam? Niemals. Was habe ich dir getan? Moment, hörst du dir etwa Jamisons Podcast an? Du solltest der Beschützer dieser Stadt sein. Aber du hast zugelassen, dass dieser Hammerhead meine Ausrüstung stiegt. Ich habe nichts zugelassen. Ich versuche, diese Diebstähle zu stoppen. Dann versagst du gerade, auf ganzer Linie. Oh, das tut weh. Aber stimmt schon. Wer weiß. Vielleicht steckst du mit ihm unter eine Wettung. Wow, jetzt bin ich beleidigt. Ich kenne dich nicht. Offensichtlich. Und ich traue dir nicht. Also halt dich da raus und ertrage die Konsequenzen. Mich raushalten, während du was tust? Hammerhead finden und treten. Wir glücklich dabei. Der stirbt nicht so leicht. Wir werden sehen. Ah, das ist mein. Verdammt! Was ist passiert? Ich dachte, du bist ein guter Kerl. Ich bin gut in meinem Job. Aber ich bin kein Cap. Übersetzungsfehler, schätze ich. Ah! Ah. Was ist denn mit Danke mir, indem du nicht stirbst? Hey MJ, warte, wer wieder da ist. Silver Sable. Ich weiß. Woher weißt du das? Es ist mein Job, sowas zu wissen. Sie ist wohl hier, um Hammerhead am Diebstahl ihrer Lieferung zu hindern. Vielleicht könntet ihr euch zusammentun. Ja, das ist im Moment nicht sehr wahrscheinlich. Hört zu, ich sehe mir diese Symkaria-Story weiter an. Es ist... Das Gespräch hat nirgendwo hingeführt. Ugh! Screwball, wie hast du... Schnell! Komm zur Ecke 8 und Pormons, bevor ich und meine Fans einschlafe! Was will sie wohl dieses Mal? Beeilung, bevor sie jemanden verletzt. Na gut, das war's jetzt mit der ersten Folge vom sehr schweren DLC. Ey, da fährt ein Schiff. Geil, oh. Kann man auf das Schiff rauf? Schauen wir mal. Kann man auf das Schiff rauf? Na, okay. Kann man nicht. Na gut, Leute. Das war's mit der ersten Folge. Spider-Man, so schwer als DLC. Oder ich stelle mich so deppert an. Oder beides. Keine Ahnung. Macht das gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao und dabei.